Was ist das für ein Ort? Wir sollen sie Ernst Kater beherdigen. Daddy, geht es, Judge, gut? Ich will wissen, warum. Ich habe meine Gründe. Ich habe geträumt, dass er von einem Lasten überfahren worden ist und drum, Mr. Crandall, hat ihn auf dem Kippeltuch begraben. Was haben wir heute Nacht getan, Judge? Was heute Nacht geschehen ist, darf niemand erfahren. Mögest du in Frieden ruhen im Reich Gottes? Was soll schon mal jemand deinen Menschen begraben? Möge dein Leib zu Asche werden, denn aus Asche bist du. Diese Gedanken sollten sie nicht haben. Hecker hat gesagt, dass Daddy was ganz Schlimmes tut. Sie wollen ihren Sohn da oben hinbringen. Leugnen Sie es nicht. Komm zurück zu mir, Judge. Komm zurück zu uns. Millionen kennen den Bestseller von Stephen King. Jetzt kommt der Film. Friedhof der Kuscheltiere described dabei sind. Untertitelung des ZDF, 2020